Hallo an alle Wagen da draußen, hier ist Julia von Weil du schön bist und jetzt mit deiner Legung für den Oktober, falls du die Waage im Sonnzeichenmond-Astendenten hast. Wir gehen rein mit dem Lenormand. Ich schau mal, welches Thema hier am dichtesten an dir dran ist oder das, was sich wirklich am signifikantesten zeigt. Hupala, da kommt gleich schon eine ganze Menge raus. Spannenderweise, ich habe gerade die Zwillinge gemacht. Bei den Zwillingen war es tatsächlich mehr, dass die Berufung plötzlich vorkam, während davor bei sehr, sehr vielen wirklich das Thema Liebe, Partnerschaft war oder Ex-Partnerschaften. Ganz, ganz spannend. Ich bin auch dadurch natürlich sehr gespannt, was sich hier jetzt im Luftzeichen-Kollektiv der Waagen zeigt. Und ich gebe dem Ganzen nochmal hier einen guten Shuffle, wie man so schön sagt. Waage, 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 Oktober, Waage, Oktober. Und da kriege ich Stopp rein. Ich lege live aus. Falls du das nicht sehen möchtest, einfach nach vorne spulen und dann geht es gleich mit der Legung los. Ich werde auch, wenn ich dann live ausgelegt habe, einmal auf Pause machen, um schon mal zu gucken, was ich hier als Hauptthema sehe. Mir einen kleinen Überblick zu verschaffen. Für all diejenigen, die jetzt gerade das erste Video hier sehen. Oder beziehungsweise, ich bin heute tatsächlich nicht auf dem Boot. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, heute gibt es kein Schwanken. So, da bist du im Übrigen gerade gefallen. Die Dame hier oben, das bist du. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Ja, die Winde sind hier gerade ziemlich intensiv an der Küste in Südengland. Sodass ich gesagt habe, das geht so nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Denn tatsächlich ist mir in der letzten Woche, als der Sturm war und ich dachte, ach, ich mümmel mich einfach ein und mache die Kartennägungen für euch, ist mir tatsächlich übel geworden und es ging den ganzen Tag nicht weg. Das ist so quasi seekrank sein. Aber das haben ganz viele auch, wenn sie beim Autofahren sind und sich irgendwas anschauen. Viele können beim Autofahren nicht lesen oder sich auf irgendwas fokussieren. Und wenn man irgendwie in Bewegung ist und das Gehirn das irgendwie nicht klarkriegt. Und das ist mir gestern, nicht gestern, letzte Woche passiert. Und da jetzt die Winde wieder sehr stark werden, insbesondere dann am Hafen, auf dem Wasser, habe ich gesagt, nee, ich brauche hier ein bisschen Ruhe. Und deswegen gibt es heute von einem unbewegten Tisch keine Bootsbewegung jetzt hier. Habe mich aber trotzdem dazu entschieden, meinen kleinen selbst gebastelten Tisch zu behalten, weil es dann einfach schöner ins Bild passt. Ein bisschen Routine hier. Hier haben wir übrigens die andere Person, mit der du es zu tun hast. Partner, Ex-Partner, zukünftiger Partner, Freund, Freundin, egal ob Mann oder Frau. Das lasse ich da also auch immer ein bisschen offen. Je nachdem, was sich so zeigt. Oh, ihr seid aufeinander gespiegelt seid ihr. Ah, das heißt, die andere Person kommt da definitiv gleich noch mit dazu ins Spiel. Kann ich dir aber jetzt schon sagen. Oh, und auch das Thema Partnerschaft. Denn da bist du auch drauf gespiegelt. Oder ihr beide. So, jetzt einmal hier in die letzte Reihe. Und dann sage ich, uno momento. Ich bin gleich wieder da, verschaffe mir hier nur mal gerade einen Überblick. Okay. Ja, ich musste jetzt gerade tatsächlich mal so ein bisschen reinschauen und gucken, was ist denn hier das Thema. Denn was ich zum einen sehen kann, ist, dass ja du hier bist und die andere Person dort. Damit sehe ich, dass eine große Distanz zwischen euch ist. Ihr könntet wirklich nicht weiter voneinander entfernt sein. Nichtsdestotrotz scheint es hier eine Rolle zu spielen. Und diese Person ist im Hause der Partnerschaft und Beziehung. Und zwischen euch haben wir hier auch eine Verbindung. Das heißt, der Ring ist zwischen euch. Der Ring ist im Hause des Mondes. Und der Mond kann für eine sehr intuitive Verbindung stehen. Für eine tiefe Verbindung. Für tiefe Emotionen, die hier eine Rolle spielen. So, und ich habe ein bisschen das Gefühl, entweder seid ihr emotional oder mental gerade sehr weit voneinander entfernt oder vielleicht sogar physisch. Auch wenn wir hier, und das finde ich recht spannend, die Beziehung haben oder sagen wir diese Verbindung haben, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, in welcher Verbindung ihr aktuell zueinander steht. Vielleicht liegt es ein bisschen an dieser großen Distanz, die hier zwischen euch ist. Aber auch, weil wir so ein paar andere Kritikpunkte hier haben. Und da gehen wir mal drauf ein. Wir sehen hier das Kreuz. Also, es ist ein karmischer Partner. Da sind gewisse Belastungen, Herausforderungen, die diese Person auch mit sich rumträgt. Und beziehungsweise auch wirklich in der nahen Zukunft. Wir sehen hier wirklich, diese Person schaut in diese Richtung. Und grundsätzlich liestet es Lennemore eh immer von links nach rechts. Aber wenn wir auch mal die Blickrichtung begutachten, sehen wir hier Herausforderungen, Blockaden, Karma. Und das in Kombination mit dem Berg. Also, die andere Person habe ich das Gefühl, das sieht nicht so einfach aus in der Zukunft für die. Da sind eben genau diese Themen, die jetzt sich angeguckt werden, die jetzt anstehen. Und es fühlt sich für mich so an, als ob diese Person plötzlich vor so einem, es ballert quasi. Sorry, meine Ausdrucksweise hier. Aber es ballert quasi. Und man hat plötzlich so dieses Gefühl von einer großen Wand, die da ist. Na karmischen, großen Wand. Na karmischen, großen Lernaufgabe. Und da geht es jetzt nicht dran vorbei. Was ich spannend finde, ist, dass wir hier tiefe Emotionen und Gefühle haben. Wir haben auch hier nochmal die tiefen Gefühle liegen. Also, wir haben sehr, sehr, sehr viel Gefühl an dieser Person dran. Diese Person denkt auch über die tiefe Verbindung nach. Aber wir sehen auch, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Und ich habe das Gefühl, das ist sehr viel, was vielleicht schon auch in der Vergangenheit hier passiert ist, was jetzt nochmal eine Rolle spielt, weil du hier bist. Und da komme ich auch gleich nochmal auf dich natürlich mehr drauf zu sprechen. Aber gerade, weil, wenn du das Ganze von links nach rechts liest, würdest du sagen, okay, hier ist sehr viel, was in der Vergangenheit liegt, was jetzt auf gewisse Art und Weise eine Rolle spielt in dieser Angelegenheit. Und es sieht so aus, als ob die Person, als ob der was bewusst wird. Weil der Park für mich auch dafür steht, dass etwas öffentlich gemacht wird. Oder dass etwas ans Tages, also an die Öffentlichkeit kommt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, als ich das gesehen habe, dass der Person etwas klar wird über die Liebe und die Gefühle, die hier irgendwie auf gewisse Art und Weise vorhanden sind. Und dass der Person irgendwas bewusst wird, was dieses Thema Gefühle, Emotionen anbetrifft. Wir sehen aber im Erweiterten hier einen Zwiespalt. Wir sehen, einen Zwiespalt hat diese Person oder was hier einen Konflikt angeht. Und der Konflikt ist auf dem Rückzug. Das heißt, wir haben hier einen Konflikt und einen Zwiespalt mitten im Rückzug liegen. Und wo ist der Rückzug dran? Der ist hier an dir dran. Und da kommen wir jetzt mal weiter drauf. Ich verlasse mal hier das Feld der Person und komme jetzt mal in dein Feld hier rein. Du bist im Hause des Sarges. Und der Sarg, das kann sein, dass du grundsätzlich hier eine gewisse Traurigkeit spürst über die Situation. Aber der Sarg steht auch für eine Stagnation und ein Ende. Und ich habe das Gefühl, da geht es um diese ganz spezielle Situation, die wir hier sehen. Ich sehe dich hier als sehr positiv, als sehr freundlich, als sehr unterstützend. Und ich habe auch das Gefühl, wenn wir mal das als deine Blickrichtung sehen, da kommt ein bisschen mehr Positiveres, als hier bei der anderen Person. Weil wir hier wirklich die Belastung haben und die Herausforderung. Während wir bei dir tatsächlich mit dem, man muss ganz ehrlich sagen, hier haben wir zwei Karten, die für Freundschaft, soziale Kontakte, für Unterstützung, für Anerkennung, Wertschätzung stehen. Also von daher, was da erstmal so in deiner Linie liegt, sieht ein bisschen positiver aus in der Zukunftslinie quasi, wenn wir das mal als Zukunftslinie jetzt nehmen wollen, weil das quasi deine Blickrichtung ist. Nichtsdestotrotz habe ich auch das Gefühl, dass vieles aus der Vergangenheit hier nochmal eine Rolle spielt. Und wir sehen hier unter dir tatsächlich das Thema Rückzug, Trennung liegen, was aber in der Klarheit ist. Und du selber bist mehr in der Klarheit über diesen Rückzug, über diese Trennung, vielleicht über eine Scheidung. Das könnte das auch sein. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass wir hier das Schiff haben. Und das Schiff kommt zurück, das kommt quasi in diese Trennung rein oder in den Turm rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke, wenn ich das Schiff sehe, was quasi, du liegst ja hier, das Schiff kommt jetzt quasi so auf dich zu, es ist an dir dran und fährt tendenziell eher in dich rein, habe ich das Gefühl, dass es sein kann, dass irgendjemand aus der Vergangenheit nochmal zurückkommt. Das könnte hier etwas sein. Vielleicht ist es ein Freund, weil wir hier den Hund haben, also vielleicht kommt ein Freund zurück. Oder wir haben hier irgendwas in der Ferne, wonach du dich sehnst, was ebenfalls eine Rolle spielen könnte, was noch einen gewissen Einfluss auf dich hat, weil eben im Hause des Bären ist. Oder aber, ganz anderes Thema, wo ich jetzt nicht so ganz drauf eingehen möchte, weil wir es nicht als, ja, weil ich sehe, dass das hier eher was ist und deswegen gehe ich in diese Sache ein bisschen weiter jetzt rein. Vielleicht jemand, ein Freund in der Ferne, der hier irgendwas mit Selbstständigkeit zu tun hat, könnte ebenfalls etwas sein, wo du Unterstützung und Support bekommst hier. Aber gerade, weil wir hier auch diesen Konflikt im Hause des Turmes haben und der Turm wiederum unter dir ist und dann im Hause der Stern ist und der Stern wiederum in deinem Haus, habe ich das Gefühl, dass dir persönlich etwas klar wird über einen Rückzug, über eine Trennung. Vielleicht ist hier jemand auch in der Ferne und das könnte einfach nur darauf hindeuten, dass wir es hier mit einem Ausländer zu tun haben oder jemand, der eben einfach entfernt ist. Und das sehen wir ja auch schon an der Entfernung hier. Im erweiterten Umfeld sehen wir Schlange und Sense. Diese Komplikationen und Umwege, habe ich das Gefühl, da wird was gekürzt. Ich habe das Gefühl, für dich wird es tatsächlich ein bisschen leichter. Es klärt sich was für dich. Auch die Situation mit der anderen Person, da sehen wir hier den Schlüssel im Hause der anderen Person, da löst sich etwas, habe ich das Gefühl. Vielleicht löst sich da auch dieser Einfluss, den vielleicht die andere Person in der Ferne noch auf dich hat. Und grundsätzlich fühlt es sich für mich an, als ob Komplikationen und Dinge, die an dir nagen, gewisse Sorgen, dass das weggenommen wird. Es wird weniger. Wir sehen hier in unmittelbarer Zukunft wirklich sehr positive Aspekte von Unterstützung, Support, Anerkennung, Wertschätzung, wie ich gerade ja schon sagte. Und gerade auch, weil hier in deinem Haus dann natürlich der Stern ist für Klarheit, Spiritualität, was wir hier bei dir sehen, aber auch Erfolg. Schauen wir uns den Ring nochmal ein bisschen an. Da sehen wir den Ring im Hause des Mondes und der Mond ist das, worüber die andere Person nachdenkt. Was ich ganz spannend finde, weil wir hier wirklich ein paar Verbindungen haben. Wir haben dann hier den Storch, der Storch ist am Ring dran und der Storch ist hier, das ist das Haus des Storches. Da sehen wir also grundsätzlich eine tiefe, vielleicht emotionale Verbindung oder eine tiefe telepathische Verbindung sogar auch. Deine hellseerischen Fähigkeiten fallen auch alle unter diesen Mond. Aber wir sehen, dass hier eine Veränderung stattgefunden hat und ich das Gefühl habe, dass etwas wieder leichter wird. Gegebenenfalls auch, weil hier etwas gekürzt ist, weil das, was die Sorgen bereitet hat, das wird weggenommen. Sorgen werden weggenommen. Vielleicht hat es hier einen plötzlichen Verlust gegeben, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es sein kann, dass wir hier das Thema Unverbindlichkeit in dieser Situation hatten, was eine Rolle gespielt hat. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir die tiefe Verbindung hier sehen, sehen wir auch, dass hier eine Veränderung stattgefunden hat in dieser Situation. Und da habe ich jetzt wirklich das Gefühl, möchte ich also auf diese Situation ein bisschen weiter eingehen und möchte gucken, was sich da noch weiter zeigt. Und da gehen wir jetzt wie immer in die Erweiterung mit dem Tarataro, das Tarataro und zwar auf die Erweiterung auf Vimeo. Das heißt, wenn du sagst, die Informationen hier soweit, die sich gezeigt haben, resonieren mit mir, dann schau doch gerne auch auf die Erweiterung, wo wir jetzt nochmal ins Detail gehen mit dem Tarot. Da gehen wir in das keltische Kreuz, ist also nochmal eine ausführliche große Legung genau zu dem Thema, was sich hier zeigt. Wir gehen in die Vergangenheit, in die Zukunft, in den Tipp für dich auch in dieser Angelegenheit und wie es grundsätzlich weitergeht. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren und folge mir gerne in die Erweiterung auf Vimeo. Der Link ist der erste in der Infobox unter diesem Video. Bis gleich zum nächsten Video hier oder auf Vimeo.